Servus Leute, was geht ab? Ich bin Tegor Ramazzotti und willkommen auf Musicpunch.TV. Gerade eben im Internet gewesen und massieren bei den Augen da. Als Hana hat dann einen Track rausgehauen, der heißt Hier der Blick. Und ich dachte mir, wir hören uns die Sam an. Als erster Eindruck sage ich vielleicht so ein bisschen, weil ich davon denke und so. Und bin sehr gespannt. Als Hana habe ich gefeiert den Part bei Traum von SKK. Seko war sehr, sehr ein nicer Part auf jeden Fall. Ein erstes Tatooieck, Shine On, habe ich auch sehr, sehr gefeiert. So ein bisschen kurzer Warsch angeraucht, so ein bisschen vom Floor her. Fand ich sehr, sehr nice. Und würde ich sagen, hören wir wie immer so ein bisschen rein. Ich reagiere ein bisschen drauf. Sage euch, weil das gerade so in den Sinn kommt. Wie gesagt, ich bin keine Musikgesparte. Ich kann nur sagen, was mir gefällt und was nicht mir gefällt. Wie gesagt, am Ende des Videos kommt das Fazit vom endgültigen Fazit des Liedes von mir. Meine Meinung, wie immer, meine Meinung. Müsst nicht meiner Meinung sein, also kommentiert in die Kommentare. Wenn ihr den Song gefunden habt und dann liegen wir jetzt auch wirklich los. Althana, jeder Blick. So Leute, Kopfhörer ist da. Los geht's. Okay, ein Hund. Okay. Das ist ja der unverkennbare Althana-Flow. Der ist sehr fire. Ich wuchs nicht auf in der Narnia-Welt, denn wir hatten nie Geld, war nie materiell. Cooles Video. Viele Kids am Start. Sieht ganz gut aus. Also ich feier seinen Flow ab nochmal. Sowas eigenes und sehr musikalisch. Ich bin sehr auf den Refrain gespannt. Weil er macht immer krasse Gesangshooks. Wie ich mal gespannt, was darauf gleich kommen mag. Also bitte misch dich da nicht ein. Ich hab so viel gehört, dass er wird das stören. Der Beat ist auch so krass. Ja, ihr habt geschwört, ihr habt geschwört. Dieser YouTuber kann nichts an Mike. Es wird Zeit, dass du weißt. Jeder Blick hat zu einem Preis. Ich kick mein Bärs in der Narnia-Welt. Sehr musikalisch. Der Tana, auf jeden Fall. Ich bin nicht verletzt, der musikalste YouTuber. Seko von SKK. Feier, ich komm gut los. Ich bin nicht verletzt, aber ich lasse mich nicht mehr in eine Schublade stecken mit den YouTubern. Ich fick jeden Nuke, aber weg, ja. No joke, bin die Zukunft für Rap. Ich rapp seit 10 Jahren, gegoogelt es jetzt noch. Ich hab Groupies am Fenster. Und da schreibt alles selbst. Wer ich hoch und einen Fälscher und Gruß mit dem Benzer. Ich schuhe mir auf Rennbahn, mach's Auge und deshalb bist du nicht am Lenkrad. Krasses Video. Ja, ja, Digi, du nicht am Lenkrad. Für dich war dieser Erfolg hier undenkbar. Du weißt nicht, dass ich jahrelang gekämpft habe. Für die ersten PK-Abonnenten. Aber Bitch, du weißt. Jeder Blick hat seinen Preis. Ich kick mein Business, ist allein. Also bitte misch dich da nicht ein. Oh, no, 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 no. Oh, schon ab. Oh, Altana und Seko. Da kommt, lasst uns die wissen. Da kommt was auf uns zu. Am Liefenachten. 17. So Leute, Fazit des Videos. Ich fand ein ziemlich cooles Video, muss ich sagen. Also hat mir gefallen. Ein paar coole Aufnahmen dabei. Auf jeden Fall fand ich cool, dass Seko dabei war. Seko feier ich ab nun mal. SKK sowieso. Einer meiner Lieblingskanäle. Auf YouTube. Und die beiden sind auf jeden Fall Dreamthemen. Demnächst kommt, wie gesagt, ein Song von den beiden raus. Bin ich sehr gespannt. Ihr könnt ja mal in meine Videos reingucken. Da habe ich schon eine Live-Fraktion gemacht zu einem Song von Altana und Seko. Traum. Ihr wisst Bescheid. Kennt bestimmt jeder. Also ab nun mal in der Kasse-Song. Kann mich gerne mal reinziehen in deinem Kanal. Wie gesagt, das war jetzt nur so ein kleiner Einblick vor mir für euch. Dass ihr euch den Song selbst anhört. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen. Könnt ihr gleich kommentieren, wie ihr den Song gefunden habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zunächst in neuen Videos. Und wir sind PunchTV.